Servus, ich bin gerade unterwegs in die Mietenregion auf einem kleinen Hikenfly. Nachdem jetzt gestern etwas so schlecht war, ist heute ein bisschen besser, der Deckel aber noch relativ tief, deswegen bewege ich mich in den tieferen Regionen. Ich habe mich jetzt von Rückenbach auf den Weg gemacht, habe schon ein gutes Stück hinter mir, renne mal da jetzt hoch Richtung Skigebiet, schaue, dass ich dann noch leicht am Mieten vorbeikomme mit dem Flug. Schauen wir mal was passiert. Viel Spaß! Die Miete Die Miete Die Miete Die Miete Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018